So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Heute ist eigentlich der Männertag. Wir waren gerade noch grillen, trinken, tasten, alles andere. Jetzt ist es gerade mal ein bisschen ruhiger. Ich warte bis 20 Uhr die Premiere losgeht von der goldenen Meile. Und hab gedacht, weil ja News da sind, die mich ein bisschen triggern, weil ich hab 15 Uhr schon was anderes released, was ich schon vorbereitet hab. Jetzt gab's 15 Uhr genau News zu Crypto Raids. Jetzt möchte ich die jetzt schnell raushauen, dass die vielleicht um 18 Uhr oder so online gehen. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Gefühlt ist es wieder mal ein neues Feature, was du, wenn du nicht gegen die Richtlinien verstößt, gar nicht wirklich nutzen kannst. Geht vielen so. Klar gibt's natürlich auch Städte und Communities, wo alles passt. Aber ich weiß, dass viele Leute jetzt wieder davon betroffen sind. Die hören das und sagen, na toll, so ein Scheiß. Haben sich die ganze Zeit drauf gefreut. Aber jetzt wird's vielen irgendwo trotzdem ein bisschen auf die Füße fallen. Was ist passiert? Um was geht es? Beim Event Aufsteigende Schatten finden zum ersten Mal Crypto Raids statt. Als man das gelesen hat im Datamine, Crypto Raids, sind die Leute ausgerastet. Was? Crypto Raids? Wie krass ist das denn? Stell dir vor, du kannst dann einfach ein legendäres in Crypto fangen. Und das hat dann mindestens 10, 10, 10. Oder es hat sogar 12, 12, 12. Es hat was weiß ich. Und dann erlöst du das noch und dann kannst du dir doch so leicht ein Hunderter basteln von einem Crypto Legendären, was du erlöst. Jeder, der unbedingt ein Hunderter Mewtwo wollte, muss nicht mehr raiden, bis er ein Hunderter Mewtwo kriegt. Der braucht einfach nur mindestens, also ein 13, 13, 3er, Krypto, 13, 13, 3er, 13er, ach egal. Ja, ich hab schon Stefans Bräu getrunken. Mindestens 13, 13, 13er werden, um es zu erlösen, um dann ein Hunderter zu kriegen, was er dann auch mega entwickeln kann. Aber ist es bei den Crypto Raids wirklich so, dass das mindestens 10, 10, 10 hat? Bei den anderen Sachen ist es ja so, die haben ja dann mindestens 6, 6, 6. Vielleicht hat es auch die kleinen, die geringeren Werte und das ist gar nicht so toll, wie man erst mal denkt. Dann ist ja auch, mir fehlen viele Raid-Bosse als Hunderter. Ich weiß nicht, ob die überhaupt mal als Crypto Raids oder Krypto Legendäre kommen, weil starke, nützliche, gute Pokémon, die habe ich alle schon als Hunderter. Die brauche ich nicht als Kryptos holen, um die dann zu erlösen für das Hunderter. Ich bräuchte blöde Sachen, wie Suikun zum Beispiel, womit man eigentlich nichts macht. Ob das wirklich mal als Krypto Legendärer reinkommt oder wenn das kommt, ob das dann überhaupt jemand raidet, dass du das so machen kannst, um ein relativ gutes Exemplar zu erhalten, um mit der Erlösung einen Hunderter zu schaffen, weiß ich nicht. Ob das wirklich also so genial ist, wie man denkt. Dann braucht man ja eigentlich nur wirklich die guten Pokémon Raiden, die man vielleicht aber eh schon gut hat. Oder gerade jetzt Mewtwo ist das erste Beispiel, wo man so oft schon Krypto Mewtwo bekommen konnte und jeder seine Krypto Mewtos bestimmt hochgezogen hat und gar nicht mehr so viel Bedarf hat. Aber es kann ja jetzt auch scheinlich sein und dazu kommen wir jetzt gleich. Wir lesen nämlich mal, was hier überhaupt steht. Könnt ihr dieser dunklen Bedrohung trotzen? Trainer, Team Gore Rocket wird immer wagemudiger und hackt finstere Machenschaften aus. Sie haben herausgefunden, wie sie Krypto-Pokémon zur Verteidigung von Arenen einsetzen. Diese neuen Krypto-Rades stellen die größte Herausforderung dar, der ihr euch in Pokémon Go bisher stellen musstet. Weiterhin kehrt Krypto Mewtwo bei den Krypto-Rades in Pokémon Go zurück. Mit etwas Glück könnt ihr dabei sogar zum ersten Mal schillernden Krypto Mewtwo begegnen. Das wäre dann das erste schillernde Krypto-Legendäre überhaupt im Spiel. Könnt ihr Team Gore Rocket's Plan vereideln? Oder werden sie es schaffen, Arena auf der ganzen Welt zu übernehmen? Wir zählen auf euch, Trainer. Weitere Infos gibt es hier. Da kommt dann der andere Block. Das ist hier drüben der. Da steht nochmal mehr direkt zu den Krypto-Rades. Aber wie läuft das Event ab? Das Event Aufsteigende Schatten vom Montag, den 22. Mai, 10 Uhr bis Sonntag, den 28. Mai, 20 Uhr. Läuft eine ganze Woche. Krypto Mewtwo werdet ihr aber nur zwei Tage raiden können. Ihr habt dann andere Krypto-Rades in dieser Zeit. Diese Pokémon erscheinen zum ersten Mal bei Krypto-Rades. Krypto-Mewtwo erscheint bei Krypto-Rades erneut im Pokémon GO. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück einem schillernden Krypto-Mewtwo begegnen. Krypto-Mewtwo erscheint vom Samstag, den 27. Mai, 10 Uhr bis Sonntag, den 28. Mai, 20 Uhr bei Krypto-Rades der Stufe 5. Also nur Samstag und Sonntag habt ihr die Möglichkeit, Krypto-Mewtwo in Shiny zu jagen oder eben ein gutes Exemplar zu bekommen, wenn ihr noch keinen Zappt oder auf der Suche nach einem Hunderter seid. Was ihr dann also erlöst, um einen Hunderter zu kriegen oder vielleicht sogar einen Hunderter-Krypto, wenn ihr richtig krass seid. Freut euch aber nicht zu früh. Ich mich auch noch nicht. Pupsi hat nämlich gleich gesagt, der Termin passt gar nicht. Das kann sein, nämlich, wenn der kleine Habanero Hess jetzt am Fünx-Sidey nicht kommt, dann holen die den spätestens am Wochenende danach manuell. Und das ist genau das Wochenende, wo Krypto-Mewtwo kommt. Aber, naja, bestimmt immer noch einen anderen Tag. Vielleicht kommt der in der Woche dazwischen oder irgendwas anderes passiert. Das wissen wir ja nicht, deswegen. Das tut mich erstmal gar nicht unter Druck setzen. Was mich vielmehr stört, ist ein Absatz, der in diesem Artikel nicht steht, aber auf der anderen Seite. Krypto-Raids. Die folgenden Pokémon erscheinen zuerst in Krypto-Raids. In Arenen, die nicht von Team Goroget kontrolliert werden, können weiterhin andere Raid-Kämpfe stattfinden. Das heißt, während des ganzen Events von Montag bis Sonntag kommen diese hier in Raids der Stufe 1 und 3. Krypto-Quapsel, Macholo, Knofensor, Knofensor, Tarnel, Loreblood, Shadow, Kuilava. Haben sie da jetzt das englische Wort hingeschrieben oder was ist da los? Krypto-Tyracro, Krypto-Sniebel. Was nützlich wäre, wäre auf jeden Fall Macholo als Krypto, weil das mega stark ist und oft genutzt wird, genauso wie Tarnel. Das würde ich euch jetzt als zwei Pokémon empfehlen, wenn ihr da noch kein gutes Krypto habt, dass ihr davon Krypto-Raids machen könnt. Und die Woche über, solange die Kabukime vielleicht noch da ist, wenn ihr auf den keinen Bock mehr habt, macht halt Macholo- oder Tarnel-Raids für ein gutes. Kryptos-Niebel, vielleicht auch als Undichtangreifer, Eisangreifer, hat ein bisschen was drauf. Gleichzeitig, jetzt das nächste Problem, gibt es aber auch normale Raids der Stufe 1 und 3, nämlich Pibi, Tentara, Maril, Algeed, Robbal, Magnedon, Labras, Flunkiefer, Epoleon. Das heißt, an den Arenen können in Stufe 1 die auftreten, aber vielleicht, wenn die verseucht ist, auch die. Das wird ein riesengroßes Durcheinander, ein riesengroßes Chaos veranstaltet dort werden. Gleichzeitig ist am Mittwoch, mitten im Event, auch noch der Raid-Boss-Wechsel. Das heißt, Kabukime bleibt bis Mittwoch, 10 Uhr wechselt das. Ab 11 Uhr können die dann Regigigas raiden in den Raids. Viele haben sich total gefreut, dass Regigigas endlich kommen, weil die noch gar keins haben. Wer noch einen Shiny braucht, könne das handen. Jetzt sagen die Leute natürlich wieder, war es Regigigas, total langweilig, ich mache lieber Krypto-Raids. Ich brauche Regigigas eigentlich nicht, ich habe 400er oder so, eins auch auf 50, Shinies habe ich auch. Ich würde dann eher vielleicht auf auch Krypto-Raids gehen oder so. Aber, das ist immer noch nicht alles, es gibt nämlich auch wilde Pokémon. Hier, Mega Pinzi ist jetzt ja gerade da, wechselt dann auf Mega Altaria, der wechselt auch. Wilde Pokémon stehen hier dabei, Rettan, Golbat, Smogon, Hundusta, Vivien, Skungapu, Björn, Skora oder auch Seltans, Zurokeks und Hisui, Baldor, Fisch. Hisui, Baldor, Fisch habe ich noch keinen Hunder da. Wäre also toll, vielleicht da im Event eins mitzunehmen. Wie gesagt, Montag bis Sonntag ist Zeit. Das sind die wilden Spawns, das sind die Raids, das sind die Raids, die auch kommen können. Die erscheinen eigentlich unregelmäßig die ganze Woche über, aber am Samstag, den 27. Von 10 bis 20 Uhr erreicht die Aktivität von Team Gorogge den Höhepunkt und es finden nur noch Krypto-Raids statt. Montag bis Sonntag, Samstag, Sonntag aber Mewtwo, am Mittwoch aber Raid-Boss-Wechsel, am Samstag aber nur Krypto-Raids. Außerhalb davon, den Rest, habt ihr also Krypto-Raids und die normalen Raids, aber eben auch den Raid-Boss-Wechsel vom legendären, aber auch vom Mega-Raid. Plus wilde Pokémon und Hisui, Baldor, Fisch. Event-Bonus, Team Gorogge erscheint häufiger bei Pokestops und in Ballons. Es wird Feldforschungen geben, da gibt es mysteriöse Teile, Sternenstaub, dann die Forschung geht endlich weiter. Nichts wie raus und go, da sind wir vier von sechs. Da sind noch ein paar Kapitel übrig, wo ihr am Ende auch einen Meister-Ball bekommt, den man vielleicht dann für die Krypto-Raids oder die Krypto-Bosse auch einsetzen kann. Und eine neue Avatar-Pose. Jetzt aber zum großen Manko, was da nämlich gar nicht steht, aber bei dem anderen Artikel steht, und zwar hier dieser Satz. Ihr könnt nicht mit Fan-Raid-Pässen an Krypto-Raids teilnehmen. Bei diesem erhaltet ihr außerdem keinen Team-Bonus für Primär-Bälle. Das heißt, jeder, der sich jetzt gefreut hat, endlich mal wieder was, wofür es sich lohnt, Geld auszugeben, ihr könnt nicht mit Fan-Raid-Pässen teilnehmen. Das heißt, ihr könnt euch nicht gegenseitig einladen, ihr könnt euch nicht gegenseitig unterstützen. Und das ist wieder ein Punkt, wo viele Leute sagen, sie fangen an zu spufen. Entweder musst du, gezwungenermaßen, wenn du niemanden großartig hast, dir mehrere Accounts machen, was gegen die Richtlinien ist, und musst vor Ort versuchen, mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Accounts und sieben Handys den Boss zu besiegen, was absolut keinen Spaß macht auf Dauer. Ich habe das alles hinter mir. Oder du spoofst und dann brauchst du niemand anderes mehr, gehst an die Hotspots und haust dich da rein in die Lobby mit 20 Spielern, ist gegen die Richtlinien, aber du hast eine Chance, den Boss zu besiegen. Wer eine tolle Community hat, in einer Großstadt lebt, wo das alles funktioniert, der kennt das nicht. Der sagt, was brauche ich? Die Fan-Raids, wir raiden schon seit 100 Jahren gemeinsam, aber gefühlt geht das ja immer mehr zurück. Immer mehr Leute löschen die App, spielen nicht mehr, haben keinen Bock mehr. Und du siehst nur noch vereinzelt Leute auf der ganzen Welt verteilt, die sagen, sie möchten zocken, aber haben niemanden, der mit ihnen zusammen zockt. Jetzt diesen Schritt. Wir können nicht mal Raids für Zuschauer machen. Jeder ist gefühlt auf sich alleine gestellt, auch selbst bei Kabukime jetzt habe ich meinen Raid trotzdem in die Raid-Gruppe gepostet. Manche sind vor Ort gewesen und haben so geholfen. Manche haben sich trotzdem noch einladen lassen, selbst auch für die Interaktion. Bei Mewtwo, Krypto Mewtwo, Shiny Hunt, wird das nicht mal möglich sein? Ich kann nicht einladen, ihr könnt nicht einladen, wir können nicht zusammen spielen. Alle aus der Community, around the world, jeder ist gefühlt auf sich alleine gestellt, außer mit den Leuten, die bei denen eben auch wohnen im Ort. Das macht das Ganze wieder irgendwie kaputt und wertlos für mich, außer wenn man sagt, ach, ich spoof doch eh den ganzen Tag in Amerika, das ist mir doch wurscht. Aber irgendwie nimmt es den Leuten wieder diesen Zusammenhalt und dieses Zusammenspielen und dieses Feeling von einer Community. Team Go Rockert hat seinen bisher hinterhältigsten Plan ausgeheckt. Sie möchten Arenen mit Krypto-Pokémon übernehmen. Genau. Hier könnt ihr gegen mächtige Krypto-Raid-Bosse antreten und habt die Chance, neue Pokémon zu fangen. Wenn ihr den Krypto-Raid-Boss besiegt, schließt euch mit euren Freunden zusammen, um eure Gewinnchancen bei Krypto-Rades zu erhöhen. Und hier wird jetzt auch was gezeigt, nochmal und drüber geredet, wie das auch abläuft. Eine Zwielichte gemacht. In Arenen, in denen Krypto-Rades stattfinden, setzt Team Go Rockert besonders starke Krypto-Pokémon als Raid-Bosse ein. Krypto-Raid-Bosse der Stufe 3 und 5 werden rasend, wenn ihr sie bekämpft, wodurch ihr Angriffs- und Verteidigungswert erhöht wird. Haltet also die Stellung und schwächt die Krypto-Raid-Bosse, um sie zu bändigen. Die Macht der Erlösung. Ihr könnt Krypto-Raid-Bosse mit erlösten Edelsteinen bändigen. Einem neuen Item, das aus Krypto-Scherben hergestellt werden kann. Krypto-Scherben sind geheimnisvolle Edelstein-Fragmente, die von Team Go Rocket fallen gelassen werden. Sammelt genug Scherben und nutzt den von Professor Willow neu erfundenen Scherbenschmelzer, um einen erlösten Edelstein zu erhalten. Erlöste Edelsteine können euch im Kampf gegen rasende Krypto-Raid-Bosse auf mehrere Arten von Nutzen sein. Wenn ihr während eines Krypto-Rades einen erlösten Edelstein einsetzt, werden Angriff und Verteidigungswerte des rasenden Krypto-Raid-Bosses vorübergehend gesenkt. Auf diese Weise habt ihr eine Chance, ihn zu besiegen. Das heißt, wenn keiner so ein Teil hat, kann keiner Schaden machen oder wie. Man kann ihn gar nicht besiegen. Es muss erst einer vorher von Rüpeln diese Teile sammeln und das benutzen, dass der im Prinzip wie ein Schutzschild, das nicht mehr da ist, dann überhaupt Schaden nimmt. Das kann man aber auch stapeln, dass mehrere das einsetzen, dass es leichter wird. Ihr und eure Freunde könnt während eines Krypto-Rades mehr als einen erlösten Edelstein verwenden. Wenn mehrere erlöste Edelsteine gleichzeitig eingesetzt werden, werden ihre Effekte aufeinander angerechnet. Wenn genug erlöste Edelsteine verwendet werden, wird der rasende Krypto-Raid-Boss gebändigt. Er kehrt also in seinen normalen Gemütszustand zurück. Das kann auch den nötigen Vorteil verschaffen, ihn zu besiegen. Weitere Informationen zu Krypto-Rades, Krypto-Raid-Bossen und erlösten Edelsteinen findet ihr hier und irgendwo. Und ich denke mir so, das klingt schon wieder so kompliziert und unmachbar für so viele Leute. Außer da, wo es richtig abgeht, an den Hotspots. Vielleicht ist das auch alles so brutal dargestellt und dann ist es gar nicht so schlimm. Manche sagen auch, das wird so schwierig, du brauchst 15 Mann, um den zu besiegen. Und dann kommen welche und machen das im Duo. Wie das jetzt alles abläuft, werden wir sehen. Ab Montag, dem 22. Krypto-Rades, Samstag, Sonntag, Krypto-Mutu-Rades mit Shiny-Hand. Ansonsten, auf was freut ihr euch? Habt ihr Bock? Was sagt ihr zu den Krypto-Rades? Ja, richtig cool, habe ich Bock drauf. Oder so ein Schmarren kann ich gar nicht machen, da man keine Fan-Rades machen kann. Da ich niemanden habe, da ich niemanden einladen kann, da mich niemanden einladen kann. Da ich hier alleine aufgeschmissen bin, also brauche ich es auch nicht. Schreibt mal eure Meinung hinzu, würde mich interessieren. Jetzt noch schönen Männertag, denkt dran, 20 Uhr Premiere. Bis dahin, Peace out forhaut, euer Ramses. Bis dahin, Peace out forhaut, euer Ramses.